hallo und herzlich willkommen zu spada briggs heute die 63 53 aus dem jahr 1991 171 teil ihr seht schon ist ein bisschen größer und zwei minifiguren mit denen beginnen wir die haben beide auch nicht den gleichen tor so ich zeige es mal in der anleitung ich will jetzt nämlich nicht hier die links ist auch die anleitung ist ein echt großer flatschen kann man schön aufklappen und da seht ihr der hier hat diese standard polizei uniform der andere hat die motorradfahrer uniform also die habe ich euch schon auch ein paar mal gezeigt muss ich den tor so jedes mal zeigen ihr seht einfach hier das sind die figuren der eine hatten polizeimütze auf der andere hat die haare schön ja so kann man sagen ansonsten haben sie beide westen an wir kommen mal lieber auf das set zu sprechen das ist eigentlich ziemlich cool wenn es nicht so viele aufkleber hätte wir gehen erst mal drauf ein welche aufkleber noch da sind und dann welche fehlen wir haben hier ein kleines bei boot das hake ich hier mal aus ich zeige euch gleich wozu das ganze dient nämlich hier oben ein aufkleber drauf der hält noch so gerade so ja sonst ist bei boot ganz schick das einzige man kann nicht diesen motorblock noch bewegen das finde ich ziemlich cool man kann den motorblock hinweg sonst einfach ein normales schnickes polizeiboot ich hätte leider hier seht ihr das lenkrad ist grau das muss man so rot ich hatte keine rotes mehr also habe ich ein graus genommen ist wahrscheinlich vom wert höher dann haben wir hier das haupt boot das haupt boot ist an sich ganz schick wir haben hier vorne ein aufkleber hier nicht mehr so da seht ihr auch da klebt immer was seht ihr das da klebt immer was ist weg hier vorne muss eigentlich auch ein aufkleber drauf seht ihr hier auf der anleitung auch nicht mehr da problem der aufkleber wir haben hier drinnen ein instrument das ist aber bedruckt ja das ist printed wir haben hier auch noch sieht ja dass diesen titel dieses telefon die an der seite das auch printet ja wir haben hier gesagt sonst ganz schick das boot also ich finde das von optik ziemlich cool so schön blau gehalten wir haben hier drinnen passiert nix also hier wenn man hier reinguckt da sieht dass wenn sich das trends clear blaue schau das nichts drin ist einfach wohl ja also nicht mehr in die stühle oder man kann es auch nicht aufmachen zum bespielen nichts ist einfach fertig geboren sonst ist es ordentlich massive schiff hat hier und noch wieder diese inverted plates womit man quasi dann schön über den teppich boden mit rüber rutschen kann also optisch ist das schon nach hausnummer finde ich ganz schick jetzt kommen wir zum spiel feature seht ihr hinten schon ist ein gummi gespannt warum ist hier ein gummi gespannt ich kann hier nämlich das ganze dub die dub die du diesen kran hier das problem ist das gummi ist nicht mehr auf bester höhe kann man hier hinten so aus jetzt kommt dieses boot hat hier vorne dieses graue plate modified die man ein haken kann jetzt kann ich hier an der an der schnur ziehen und jetzt und jetzt und jetzt habe ich glaube ich zu viel so ja das brüß auch nicht das original sei das ist viel länger habe ich irgendeine schnur genommen die man vom nähen kennt jetzt kann ich hier das ding ich ziehe das boot hier drauf und das boot ist drauf das ist mal cooles feature ich mag das ich finde das gut das hat was das ist mal was anderes also man kann hier wunderbar spiel action mit dem boot drauf hinten hochziehen wieder absetzen losfahren bis und so weiter ja hier oben kann man sonst mit dem boot kann man nicht viel machen außer rum booten lassen ja bisschen rum fahren aber find's cool ich bin auch hier dieses rad fällt auch gar nicht auf das könnte auch irgendwie so ein so eine rettungsring seine an der seite hängt ja finde ich also sehr sehr auch schön eingearbeitet einfach hier und das ist hier die mechanik sehr cool sehr sehr cool ich mag es wirklich sehr gerne das set also schick ich hoffe ihr mögt es auch vielleicht hattet ihr das ja mal schreibt doch mal in die kommentare was ihr dazu meint und wir hören uns und sehen uns dann beim nächsten mal bis dahin